Ich bin Hans Peter. Ich bin ein Forscher und wer bist du? Ich bin Leon. Ich bin zehn Jahre alt und ich will auf Weltraumreiber gehen. Ich habe ein UFO. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Bist du bereit für eine Überraschung? Ja. Weißt du, aus was Sterne bestehen? Nein, weißt du es? Ja, Sterne bestehen aus Gas. Weißt du, aus was die Sonne ist? Ist sie ein Planet? Nein, sie ist kein Planet, sondern ein Stern. Weißt du, dass Sterne riesige Kugeln sind, aber es gibt auch kleinere und größere als die Sonne. Aber die Sonne sieht doch größer aus als die Sterne. Ja, weil sie näher ist, sieht man sie größer. Ich erkläre dir mehr über die Sterne und Sternenhimmel. Du, Hans Peter, was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Lübe. Was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Zilling. Kannst du es mit dem Finger zeigen? Ja. Wir sind angekommen. Mach die Augen zu. Oh, es ist ein Alien. Ist das dein Freund? Na klar. Wie heißt er? Er heißt Noel. Noel, willst du mitkommen? Ja, gerne. Das ist mein Lieblingsstern, Sirius. Der andere heißt Polarstern. Ich mag Sirius lieber, weil der Polarstern nicht so schön leuchtet. Warum hast du ihn mehr gern? Weil er grösser und heller ist. Ja, wir sind angekommen. Wir gehen schlafen. Sterne funkeln wunderbar. Das ist jetzt alle klar. Ende.